Tja, es ist mal wieder soweit. Ayanda, du hast Geburtstag. Ich gratuliere dir und wollte dir sagen, komm mich doch bald mal wieder in Berlin besuchen. Es gibt einiges zu tun. Deine Puppen warten und bring das Hänneschen mit. Achso, mit der kannst du mit beiden wackeln. Ja, also. Ja, und bleibt gesund und munter. Also, bis bald. Ich kann das nicht so schön, wie du Bauchreden. Ja. Außerdem kriegt der den Mund gar nicht auf. Na gut. Also, alles Gute und Tschüss.